Ja, hi. Ja, moin. Ja, was geht denn ab? Schnupfen. Selbst? Nice. Kein Schnupfen. Nein. Cool. Oder? Ja. Bisschen neidisch, ne? Nee. Also ja. Aber ich gönne es dir. Ja, danke. Ja, bitte. Ähm, sollen wir Quests machen oder nicht so, wegen Nacht jetzt? Ja, können wir gleich machen. Lass mich gerade noch was gucken. Ja, klar. Hm, hm, hm. Es wird echt Zeit, äh, dass wir das mit den Kisten fixen. Ja. Ich fühle mich hier langsam so gar nicht mehr zurecht. Quik, 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 quik. Quikili, quik, quiken. Kennst du? Nee. Nee. Echt nicht? Nee. Königreich für ein Lama. Ah. Okay. 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 So. Nice. 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 Ich habe jetzt einfach ein 44er Magazin mit meiner Eif. Mit meinem neuen Sturmgewehr. Krass. Und Ähm. Das Sag mal's. Sag mal's doch. Ich weiß nicht, was du meinst. Das Maschinengewehr, da mach ich wieder deinen Zweier-Scope drauf. Ja. Ähm. So. Das ist dann wieder quasi für die Nacht. Ah ja. Jetzt würde ich nur gern wissen, wo der Zweier... Na, wobei ich nehme vielleicht wieder einen Vierer. Vierer ist schon besser. So. Das und das. Hä. Geht's dir gut? Ja, dir. Ja. Okay. Äh. Oh Gott. Wo suche ich denn die Hindernisse, die ich wieder finde? Naja. Wird schon. Okay. Dann habe ich das, 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 das. Das, das. Und das kommt weg. Oh. Wir fahren. Oh Gott. Okay, ich bin soweit. Okay. Ich muss noch teilen und meine Freundschaftsanfrage annehmen. Deine Freundschaftsanfrage? Reicht nicht, ich habe keine Ladung. Bitteschön. Müssen wir wieder dahinter, ja? Ah, nee. Doch. Echt, schon wieder das Haus? Ja. Puh. Oh, Zombie. Du sollst Munition sparen. Ich muss Waffe ausprobieren. Vorsicht, Minen. Wird halt jetzt witzig bei Nacht, ne? Die ganzen Zombies. Ja, wird schon, oder? Ja. Oh. Oh. Oh, Wolf. Oh. Oh. Nee, wir brauchen noch. E-Fleisch. Oh, warte, ich habe Hunger. Erstmal ein Fisch-Taco. Okay, kann ich? Ja. Wir machen hier Glas kaputt. Weiß nicht. Scheiße. Scheiße. Irgendjahr kommt gleich durchgebrochen. Boah, Alter. Bist du glücklich? Weh, wegen was? Mit der Waffe. Ach so, ja, wobei ich gerade die Schrotflinte benutze. Ah, okay. Aber ja, ich finde die echt gut. Wobei ich noch ein bisschen skeptisch bin. Okay. Aber ja, scheint zu laufen. Da ist ein Bär draußen. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Das weiß ich nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nur. Hörst du das? Ja, der ist vielleicht ganz glücklich draußen. Ich glaube, der ist gut. Ja, dann. Sollen wir? Ja. Lol. Nice. Boah, das Vieh hat 60 Fleisch gegeben, Mann. Mega. 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 Was hast du denn da jetzt schon wieder getriggert? Nach oben, okay. Oh. Äh. Okay. Du bist ja ein Held. Ich will ja nichts sagen. Aber ich bin dann als fortgeschrittene Ingenieur. Nein, ehrlich? Hui. Glückwunsch. Danke. Also ich brauche dann 100 geschmiedetes Eisen. Das ist ja immerhin. 1200 kleine Steine. Okay. 20 Öl. 900 Lehmboden. Okay. Und 20 mechanische Teile. Für einen Schmelztiegel. Ja. Am Arsch. Wie? No way. Warum soll ich dich verarschen? Ach, krass. What the fuck? Wie ist das denn so teuer? Kannst du mir auch immer was glauben, wenn ich dir das vorlese? Ich glaub dir das doch. Aber das klingt halt wirklich echt barbarisch viel. Ja. Also verstehe mich da jetzt nicht falsch, dass ich da so skeptisch war. Weißt du, ich dachte, du freust dich ein bisschen. Ja. Wie? Ich kann nicht schreien. Es tut mir leid. Ich würde gerne, das ist mein... Dann krieg halt. Ja. Hier war nichts mehr. Nee, okay. Nee, wir müssen drüber. Das ist ja schon verdächtig da, ne? Was? Okay, das passt so. Aber es gibt Stein. Wow. Wir brauchen Stein. Okay. Ich geh mich mal umgucken. Ja, ich komm mit. Wir dürfen den Dude auf dem Dach nicht vergessen. Nee, deswegen lauf ich auf dem Dach lang. Okay. Tot. Okay. Bist du immer noch da drüben? Ich hab die Grills abgebaut. Achso. Sind mehrere Grills deine Grille? Ja. Okay. Achtung. Achtung. Ah! Das war nicht der Einzige. Nee, da boxe ich gleich einer durch. Von rechts kommt. Hier, irgendwo. Okay. Letztes Mal hat er sich voll schnell durchgeboxt. Dann ist es wohl diesmal nichts, was wehtut. Doch, er ist grün. Steh auf. Okay. Nein. Hast du es fallen lassen? Guck mal, da sind zwei Baupläne drin. Ich kenn sie beide schon. Ich glaub, eins davon kennst du definitiv. Ich kenn beide. Okay. Ich nehm's halt mal mit. Ja. Achso, halt mal, da war auch. Oben, ja. Eine Kiste. Und die Tasche oben auf dem Regal. Da war ich noch nicht. Es ist nichts Spannendes drinne. Okay. Ja. Ja, cool. Was denn? Achso. Okay. So. Geh mal in unseren Lieblingsraum. Ja. Oh, you. Oh, dankeschön. Dankeschön. Ich geh mal wieder. By the way, läuft deine Aufnahme? Ja. Okay. Wegen? Beide nicht? Doch. Im Normalfall passiert mir sowas nicht. Bist du schon auf dem Weg nach unten? Nein. Ich hab dir gesagt, ich geh zur Kiste. Achso. Ah, was jetzt? Alles klar. Ich bin noch untergefallen. Oh, das ist schlecht. Hast du dir arg weh gemacht? Nein. Okay. Ich hab denen weh gemacht. Gut. Achtung, die kommen gleich... Jetzt diesmal sind es zwei. Steht die nochmal auf? Das glaube ich nicht. Doch. Bestimmt ist da ein bisschen wenig EP dafür, ne? Es waren nur 400. Ja. Ich hab das nicht drauf geachtet, aber sie ist unten. Willst du die Kiste da holen? Ich hab den im Eck vergessen. Hast du Blöcke dabei? Nur zwei Stück, warte. Ja, okay. Ja, ja, wieso? Nein, ich mein den Zombie hier. Siehst du das mit dem Fuß? Was für ein Fuß? Siehst du nicht? Okay. Nee. Nee, alles gut. Mo Power Electronics. Eine Batterie. Da ist ein Buch drin, was du vielleicht brauchen könntest. Oh ja. Nice. Nice. Hallo. Hä? Hör auf! Achtung, Denktrat, wenn wir jetzt da runtergehen, da ist die eine Tante noch da. Ja. Wir müssen ja eine Tasche mitnehmen. Achtung. Ja. Oh, da kommen noch zwei. Achtung. Hör auf! Hör auf! Ja. Hallo. Denk dran, diese Lampen mitzunehmen. Ja. Ja. Ach, hier ist der Koffer. Scheiße. Oh. Ja, aber auch nur bei dir. Meiner ist woanders. Echt jetzt? Ja, ja. Oh, hoffentlich nicht im Haus. Kann gut sein. Oh, ich hab Hunger. Moment. Musst du was essen? Ja. Okay. Komm mal. Jo. Oh, die hat schon ein Loch gebohrt. Krasse Tante. Kannst jetzt durchschießen. Hehehe. Flup. Hehehe. Achtung. Pupp. Pupp. Oh, nachladen. Pupp. Entschuldigung. Ist aber immer noch nicht gesäubert. Nee, da oben ist noch einer. Okay. Und meine Tasche ist auch nicht hier unten. Oh no. Müssen wir nochmal ins Haus gehen? Ja. Guck mal, kannst du das hier in den Medizinschrank mitnehmen? Klar. Und das hier? Vielleicht auch? Klar. Danke. Ja. Ja. Na dann. Hallo? Moin. Hey, wo ist der? Was? Der ist oben. Das. Oder was? Ach so, der Zombie. Ja, schau doch. Auf der, äh. Ja, aber bei mir waren die Zombie's alle rot markiert, deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum der gelb jetzt markiert ist. Ach so, ja, vielleicht ist die Tasche. Hm. Ich die nicht. Müssen wir nur dran denken, mich wieder rauszurennen. Das Problem ist, wir kommen draußen raus, wir müssen einfach nur wieder ins Haus rein. Ja. Ich mach schon mal die Kiste auf und so. Ja. Ich geh hier noch. Hä? Ähm, das Zeug holen. Ähm, okay. Okay. Was? Nichts. Was? Du hast M gesagt. Ja, weil ich so langsam eben war, aber dann hab ich gesehen, ich hab ja gar keine Ausdauer mehr und bin mit viel überladen, also, brauche mich nicht zu wundern. Ja. Und hab, keine Ahnung, äh, 735 Kieselsteine dabei, also, ja. Worüber wundere ich mich noch? Noch. Nur? Ja. Ist sie aufgekriegt? Ja, da war aber nichts Kärz drin. Huhel. Also, ein bisschen Muni für mich. Ah, ist ein Eisensperr, aber nur Stufe 1. Brauchen wir nicht. Oh. Ey, es ist Tag. Ja, cool. Ja. Ähm. Was denn? Verstehe ich nicht. Was denn? Ich glaub, mein Spielstand spackt da ein bisschen rum. Warum? Ah, jetzt geht's wieder. Verstehe ich. Verstehe ich nicht. Oh. Okay. Prima wesen. Huh. Ach, sehr praktisch. Oh. Ich krieg irgendwie nix mehr aus. Ah, ja, doch jetzt. Immer nur so sporadisch. Aber wenn, dann direkt richtig, ne? Mit 10.000 Lebenspunkten. Immer mal wieder ein gespielertes Eisen halt, ne? Ja. Na egal, lass rausgehen. Ach so, die ist eh leer. Ich hab gedacht, äh, du hast keine Dietrich hier mehr. Doch. Hab noch 28 Stück, das passt. Okay. Hallo. Geh mal nach deiner Tasche gucken. Ich guck nach dem Zombie. Ah jo, klar, in dem Raum hier hinten. Äh, mein Gott, erschreckt mich doch nicht so. Na ich, ich hab dich voll gerettet. Ja, aber ich hab mich halt erschreckt. Entschuldige. Das waren dann die Zombies. Ja, müssen wir nur noch deine Tasche finden. Ja. Da ist sie. Hast du sie? Ja, aber wie ekelhaft versteckt. Okay. Er schaut mir hinter den Sessel, Mann. Das war sehr gemein. Können wir? Ja. Nice. Gleich zum Händler? Äh, ja, oder? Ja. Brum. Ja. Da bin ich immer gespannt. Wehe, es gibt nichts Fuhles. Ja. Er hat eh noch nicht offen. Hm, stimmt. Ist ja doof. Ja, mach doch nichts. Das sagst du einfach so. Ja. Ja. Kann man noch ein paar Sachen abbauen. Ja. Ja? Ja. 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 Siehst du, wo ich bin? Ah, du bist sehr weit weg. Da ist ein Tier, aber ich erkenne nicht, was es ist. Ein Tier. Ja, ich glaube, das ist... Ein Waschbär. Oha, der um. Was denn? Äh, ich hab's erlegt mit einem Pfeil. Es sah von Weitem sehr, sehr putzelig aus. Du hast Bami getötet. Ja, hab ich wirklich. Tut mir leid. Heftig. Hast du, ne? Aber das war schon krass. War ein richtiger Skill mit einem Pfeil. Ich meine, die Dinger sind wirklich nicht ohne. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ich bin sehr stolz auf dich. Ah, das Schild ist aus, wenn er nicht offen hat, okay. Ja. Zu meiner Frage von vorhin. Ja. Oh, Zement. Nehmen wir doch gleich mal mit, wa? Ja. Oh. Was denn? Oh, ich bin im Graben gespornt. Nice. Nicht so? Dude. Wir sind so richtige Rentner. Warten bis vor Ladenöffnung vor der Tür und stürmen dann rein. Erst auf. Nein. Boah, wie gemein. Toll. Ich hab... Hast du schwere Rüstung oder leichte Rüstung? Leichte. Okay. Wegen? Naja. Ja, ich krieg hier so ne... Stahlbrustpanzer. Okay. Ich mag aber keine schwere Rüstung. Hm. Ja, dann nehm ich halt die Armbrust. Huh. Wo? Wo? Meine Armbrust ist weggeflogen. Ah. Ja. Oh, ich bin jetzt Level 45. Na, Glückwunsch. Ich hab hier gemein. Ja. Hm? 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 Haben wir eigentlich einen Blasebalk? Äh, nee. Glaub nicht. Nee, wir haben nur den Amboss bis jetzt. Ja, okay, dann kaufe ich den. Okay. Cool. Jetzt haben wir einen Blasebalk. Kann ich mit dem sprechen? Ja, mach doch. So. Na ja, komm. Wohin? Hm? Nee, ich hab mit mir selber gesprochen. Ach so, okay. Ja. Ach so. Hätte ich jetzt was vergessen, du. Was? Genau das. Hm. Hm? 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 Okay. Hey, da sind ja zwei Ambosse drinne. Echt? Ja. Ja. Hallo. 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 Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ja. 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 Ich hab dir das Fleisch wieder in die Kiste gepackt. Dankeschön. Ja. 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 Lass mir noch kurz, äh, Dingsen. Okay. Okay. Was meinst du damit? Ja, deshalb. Okay. Lass mir noch kurz Zeug in die Kiste schmeißen. Ach so, äh, hier für dich. Mit meinem letzten Geld. Danke. Yo. Wow. Ach so, da läuft ja noch was. Na dann. Das ist Medikamente. Das ist Teile. Halt die Kusch. Das ist... Nee. Nicht du. Ach so. Batterie. Die weg. Wo sind nun eigentlich unsere Schatzkarten? Unten noch. Ah, okay. Dann pack ich's dann einfach mal, äh, da rein. Okay. Oh, da sind sie. Okay. Bin soweit. Können Feierabend machen. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Auch mit Verschnupf der Nase. Ja. Hehe. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.